Montagmorgen ist echt anstrengend, aber Dienstag habe ich dafür Spätschicht. Also geht's noch. Schnell duschen. Wann fährt um kurz vor? Ein bisschen mehr Elan bitte. Bitte ist das letzte Training vor dem Finanzen. Ich kann's kaum erwarten. Guten Morgen. Hier gibt's das Frühstück. Alles in Ordnung? Oder kann ich Ihnen noch was Gutes tun? Mir könntest du noch was Gutes tun. Einen Kaffee bitte. Heute ist Projektbesprechung. Viel Glück dir nachher. Kommt doch mal hier vorbei. Die Kids sind immer hin und weg, wenn wir durchs Rundolabyrinth gehen. Ach herrlich. So fängt der Tag schön gesetzt an. Und freuen uns schon, dass ich beide sei. Ist dir das nicht zu langweilig? Bei mir geht die Post ab. Genau das Richtige für mich. Die Kinder, die von ihnen schlafen. Ende. Ich hab dich hier. Am liebsten. Wir sind immer alle. Eins, zwei, zwei, schießt! Danke. Hans Feldhofer зам partial heilige Bigöhle der dritten Versteig ist es zu sein. Danke. Emil,